hallo willkommen zurück hier bei dotec gu last record speziell zu volume 2 reminisc ja lang ist sehr für diejenigen die halt hier gerade immer zum zeitpunkt der veröffentlichung schauen und so lange hier nicht mehr dort hat you gespielt das heißt ja für diejenigen die sich das halt später anschauen vielleicht in der playlist und so nicht wundern falls jetzt wieder ein paar sachen anders machen jetzt angekündigt wenn ich jetzt gesagt habe die und die waffe oder das und das wenn wir als nächstes verbessern ja dann kann passieren dass ich das wieder vergessen habe ist jetzt alles schon ein bisschen länger her aber dort wird jetzt auf diesem kanal hier quasi dann durchgezogener kommt täglich jetzt projekte also beziehungsweise täglich komplett ist dort geoprojekt ab sofort und das wird jetzt auch keine größere pause mehr dann haben ja das werde ich dann durchziehen bis wir es komplett durch haben und dann passt das schon so wir haben zwei kämpfe ein sieg eine niederlage bei crimson versus ok eine niederlage haben wir bekommen wir hier so ein typ mit sturmeinheiten gekämpft hat oder sturmangriff und jeder schild einhalten so das habe ich aber verstanden das war ja so die waren effektiv gegen schild einheiten die waren effektiv gegen diese sturm einheiten diese flügel und die sind effektiv gegen diese reuchler einheiten die heißen die genau das ist immer noch mal gucken hinterhalt genau das ist ein hand hinterhalt das ist sturm genau und das wäre dann schild gut wir bleiben erst mal beim bei den sturmeinheiten sind denn wenn man sich das so anguckt die meter scheint momentan immer noch schild einheiten zu sein gut hier hat einer mal was anderes gemacht aber hier das ist ganz gut wenn wir dann hier bei jemandem der komplett schild benutzt erst mal unsere sturm ist hier weiter einsetzen so krims versus bänden ja beim letzten mal haben wir datenkeime gesammelt um owan zu treffen sind also owan treffen zu können und nun ist es soweit dass wir durch bei eben diese daten keine bekommen haben und owan treffen sollen kann ich dass wir los kann ich leute einladen schlecht wenn nämlich noch mit die stufe 85 gibt es jemanden den ich noch trainieren will okay das ist ja leider nicht mehr da können dazu mitnehmen oder terrorist wie nehmen wir dann noch mit auch kommen wieder kuhn mit so und jetzt sollen wir von renji erhalte einen edelstab vom bestientempel nee das nicht von harlem form gepostet bekamen wir den dort langlebigen fürsten da waren sie sich in den datenkeime wir sollten aber das war der große tempel da muss ich ganz kurz nur durchschauen es tut mir leid dass ich jetzt hier nachschauen muss hier da müssen wir hin verlorener grund koste borgia oder so ganz komisch schlachtfeld owan verschwand hier vor langer zeit da müssen wir hin das haben wir jetzt ja quasi freigeschaltet beziehungsweise haben jetzt genug datenkeime da durchzukommen ich bin gespannt muss ich jetzt die sachen hier dann kein o reagiert darauf und da hatten kein g dann schauen wir mal die fünf sollen geraten in schwingung ja dann werden wir herausgefunden auch wenn man ein zeichen sieht dass owan in wirklichkeit der triage ist der dieses zeichen überall hinterlässt und leute scheinbar tötet und das der triage den wir kennen dieser komische rote dude das wohl gar nicht ist aber naja gucken wir mal genau wir haben ja schon preparations gemacht ganz kurz mein micro noch drehen das ist irgendwie so komplett am abkrebeln so jetzt das ist das ist Okay. Sehr interessant hier. Ist ja nicht so viel passiert. Die Musik ist auf jeden Fall sehr episch angehaucht. Auch schon eher dramatisch. Aber naja, gut, schauen wir mal. Ich geh doch mal durch. Und hab ein bisschen Angst. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und derjenige, die ihm Eida. Aber warum? Warum würde du das tun? Für dich, Haseo. Ich? To make you grow up strong. Just for something like that? You... Something like this? That's not it, Hazel. Everything was part of a necessary process. Thanks to you, Shino, and El-Kade, and... El-Kade! You'll pay for this. You will... PAY! Bring it on! Ob der wirklich dafür bezahlt? Ich bin mir nicht sicher. BONE CRUSHER! So, wenn wir Waffe wechseln... Was ist das denn? Okay, wir machen... BAM BAM! 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 Ich habe es geschafft! Das war großartig! Das ist es! Los, HCO! Ah, du bist bereit? Ja, jetzt ist er nicht so stark, ne? Alter! Oh, HCO! 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 Ich weiß gar nicht mehr, wie kann man hier nochmal Items einsetzen? Ach, der Dreieck war das. Ähm, hm. Das bringt ja nicht so viel, ne? Oh, HCO! Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Hm, bei ihm muss ich echt schauen, wie ich da am besten vorgehe. Bring it on! Also, der heilt sich halt durch seine komischen... Ja, durch die Dinger. So, ich probier einfach mal... ...mit der Sense die ganze Zeit zu kämpfen. Vielleicht bringt das ja was. So, jetzt macht ihr den Los. Jetzt macht ihr den Los. Ich guck mal, ob mit der Sense das vielleicht besser geht, weil die ist ja mehr so quasi für AOE. Mann, ich drücke immer zu fix. So, probieren wir das nochmal. Oh, jetzt kannst du ihn voll vergessen. Okay. 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 na komm schon ja 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 vielleicht schaffen wir es so ja alles probiert ja okay aber das kennen wir ja schon die lippen bewegt und schon längst fertig ist mit ladern da habe ich denn nichts was mich instant voll heilt oder so jetzt mal das für durchlesen angriffswert können wir mal erhöhen und so jetzt kann man nichts machen ja 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 Was ich hier noch machen könnte, wäre ja jetzt, ähm, wieder Beliebungsarznei hier so, zack. Ja, das würde ich damit sagen, mit wiederholen. Ich drück doch hier. Hä? Ja, ich drück das Touchpad, aber es passiert nichts. Ich glaube, ich kann da nicht viel machen, ne? Ja, ne. Ich bin echt überfragt, ich habe keine Ahnung, wie ich gegen den gewinnen soll. Ich bin echt überfragt, ich bin echt überfragt. Ich glaube, wenn wir es jetzt nicht schaffen sollten, dann muss ich noch trainieren, extrem. Vielleicht auf Maximumlevel oder so. Dann nochmal probieren. Ich glaube, dann ist das so ein Indikator, dass er einfach zu... zu krass noch ist. Oh, das ist... Ich hoffe mal, dass die anderen Dinger da auch getroffen werden. Jetzt haben wir es. Er ist Kontrollen, Ida? Kontrollen? Nein. Ich sage nur, dass wir uns gemeinsam verstehen. Ida und ich sind gefährliche Freunde. Und so... Now, Haseo. Become strong. Surpass your limits. Und dann... Kill me. Come the Reapers! Komunik! An Avatar? You. You're an Epitaph user? All right. Come on. Come on. I'm right here. Skye! Wer hätte das gedacht? Oh, die Musik ist cool, aber... Okay, dann machen wir das jetzt auch noch hier. Äh... Genau, Fähig ist Schießen. Weiß ich ja noch. X ist Heep Attacken und Kreis ist Sprint. Also Ausweichen. Show mir deine Kraft! Weiß ich ja noch. Ich dachte, mein Schuss betäubt ihn jetzt noch, aber nö. Ich dachte, mein Schuss betäubt ihn noch, aber nö. Schuss betäubt ihn noch. Okay. We understand each other. Nein, ich bin, okay, weiß ich Bescheid, ich darf gar nichts machen, wenn er das macht, kann er nicht betäubt werden. Einfach ganz geschickt ausweichen die ganze Zeit nur. We understand each other. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Das hat sich ja gelohnt. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Bist du in deinen Augen? Bist du in deinen Augen? Bist du in deinen Augen? Dich krieg ich! ich bin doch ausgewiesen so dumm manchmal aber ja der data drain wer soll ja treffen ich bin doch So, jetzt sind wir mal dran hier mit unserem Data Drain. Hä? Erwischt. No. No, this isn't the death I've been wishing for. It was too soon, after all. After chasing down Tri-Edge for all this time. Congratulations, Haseo. Yada! You don't seem thrilled. Even after having your dearest wish granted. Dearest wish? This? Is it not? The truth you sought so long after is now firmly within your hands. The truth, huh? Do you think that Shino and Al-Kade, and the Lost Ones, were able to return to the real world? All you have done thus far is managed to PK Tri-Edge. You have merely caught a tiny glimpse of Tri-Edge's truth. Did you really think that would be enough to save the girls? Now you understand. Just because you've PK'd your nemesis, it doesn't mean that what you lost will return. Even if you gain fragmentary truth, it will only serve as mere information. If you do not guess at the entirety, it will be impossible to rescue the Lost Ones. That is why we must find out precisely what Ida is and how it works. In order to finally know all the facts, the truth of what has happened in this world. My fight is over. But then, what's really changed since I began? In the end, I wasn't able to save anyone. I'm tired. Shino, I'm done. For now, I just want to go back to the real world and rest. Shino, I'm done. First of all, I want to go back to the main level. What do you want to go back to the maximum level? We want to try the maximum level. We want to go back to the double-gänger. And we want to go back to the main level. We want another of two free missions. And two free missions. You can go back to the main level. All of this isioni that collect a few weeks. And then we can go back to the main level. mit redemption oder ich weiß gar nicht wie die dritte episode ist vergessen folium 3 auf jeden fall anfangen ja heftig aber es war ja irgendwie zu erwarten dass allein das besiegen von triage oder von der bedrohung nicht wirklich dazu beiträgt dass man alle zurückbekommen die wachen ja nicht aus einem wunder wieder auf muss ja irgendeinen anderen nur andere ursache haben ich habe mich nicht erinnert mich an die gäste zu besuchen ich habe mich nicht erinnert mich an die gäste zu besuchen was ist von etoli an hasseo wie geht's dir hasseo hast du verdaut was in letzter zeit alles geschah bei mir ist alles ok glaube ich zumindest in letzter zeit habe ich oft das gefühl als hätten wir uns gestern erst kennengelernt vielleicht liegt das daran dass seither so viel passiert ist die tage sind nur so vorbeigerauscht für dich ist auch viel passiert ich weiß chino und all kate und das ovan tatsächlich triage war für mich ist es fast so als wäre viel zu viel auf einmal passiert um das alles richtig zu begreifen aber das ist nicht gut deshalb muss ich stärker werden ich habe eine bitte an dich ich würde gern mit dir reden ich würde gern darüber reden was alles passiert ist was noch passieren wird und was im moment passiert ich kann vielleicht nicht gut zum ausdruck bringen was ich sagen will vielleicht mache ich mal einen dummen fehler und doch würde ich gern mit dir reden denn ich glaube jetzt kann ich offener zu dir sein als zuvor ich hoffe also dass wir uns treffen können um miteinander zu reden nur wir beide ich warte an der delta verborgenen verbotenen weihestätte auf dich ja das machen wir in der nächsten folge scheinbar ist das auch noch nicht ganz vorbei wir werden aber noch mal ganz kurz die krimson versus kämpfe analysieren 21 siege drei niederlagen und neuer gegner johnson ein paar neue karten bekommen aber davon ist keine neue so schauen wir noch mal ins archiv oha es scheint als geht die meter wieder so ein bisschen richtung hinterhalt ich beobachte das noch ich bleib mal ganz kurz noch auf unseren und sind juts oder mehr kommen wir werden dann das mal ganz kurz mit ihr hinterhalt machen gehen wir einfach mal auf schild okay alles klar dann speichere ich nochmal an dieser stelle und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder dann werden wir mit etuli und ja nicht verabreden haben wir ja schon quasi oder wir sind quasi mit ihr verabredet aber wir werden mal schauen ja was sie uns denn so sagen will beziehungsweise über was sie so sprechen möchte ne also dann bis zum nächsten mal Toodaloo